Verkauf und Ankauf Dieses Ding ist fünfmal besser als ihre Spielzeugwaffe Die beste Waffe der Welt Wie auch immer Nur zum Ausatmen Ah Sind immer nützlich Schärfere gibt es nicht Wie auch immer Noch brauche ich nicht Voll mit dem Kernjungen Bist du wirklich auf einem Handwagen hergekommen? Sind sie Atio? An der schwarzen Straße wartet ein Mann auf Sie Wow Er ist irgendwie groß und unheimlich fahren Und er riecht auch nicht ruhig Ah, klar Für eine Patrone führe ich sie dahin Ach, ich sollte jetzt besser Danke, dann kommen wir noch den Hintern verhauen Also, ich sollte jetzt einen großen, unheimlichen Mann treffen Klar, immer doch Na, schwarze Straße Ja, Dunkelheit Junge Bist du bescheuert? Licht Lauf nicht in Dunkel Ah Hey, gehen wir Junge, du siehst wo wir sind Hier ist es dreckig und dunkel Und überall sind tote Menschen Also halbtote Du bist krass, Alter Du bist krass, Kind, echt krass Ja Ja, hallo Lauf schneller Ja, ja, los, eh Ah Mein Gott Du bist verdammt langsam Da hinten sitzt er Wer denn? Also, ich gehe Wiedersehen Nein, du bleibst hier Bleib hier Nein, 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 nein Äh, lass mich allein Komm her Du bist out young, richtig Ja Setz dich Wenn ich nicht will Okay, okay, ich tue es ja schon Man nennt mich Börben Hör zu Ich muss zur trockenen Station, um Geschäfte zu erledigen, aber dieses Rattenloch ist abgeriegelt Ich kenne jedoch eine sogenannte verfluchte Passage, vor der man ja Angst hat Aha Aber wie ich gehört habe, wirkt die Scheiße in den Tunnels bei dir nicht Vermutlich Kannst mir also dorthin helfen und ich gebe dir meine AK, wenn wir dort sind Abgemacht Gut Na, was habe ich ja gesagt? Hier ist eine Vorauszahlung für den Fall, dass du dich erst ausrüsten musst Äh Bist du bereit? Okay Ich bin bereit, ja Und dieser Mistloch zu hocken ist nutzlos Lass mir die Munition noch wenig tappen Vielleicht kann ich mal nicht ja gedacht habe, aber... Na gut Mal wenigstens was zu essen Äh Da schon hängt Lieber nicht Und was hin? Wenn man du willst... Ach ja, Börben Börben Heißt nicht, Alkoholgetränk? Ist das gut? Wir gehen einfach raus, so ohne den anderen Tschüss zu sagen Oh Mann, du hast hier vorweg Soll ich? Eigentlich hier nicht, schade Ich dachte, können wir den Strom abstellen Ja, super versteckt, ja Geheime Durchgang Ja, steh ich nicht mal an für das Wer dich schon begleiten soll Ich werde so ein bisschen schieben Äh Mami Verlorene Tunnels Als ich mit Börben den verlassenen Tunnel betrat Fragte ich mich, ob es falsch gewesen war ihm zu vertrauen Aber die Stationstore waren noch immer geschlossen Und es war nicht abzusehen, wann ich sonst da wegkäme Heißt doch nicht Tunnel? Anstatt Tunnels Mein Tunnel ist doch schon die Mehrzahl Klasse, wir sind raus Jetzt halte deine Augen offen, die Fahrt ist vorüber Es sind schon viele Typen in diesen Tunnels gestorben Aber wenn wir uns gegenseitig decken, kommen wir durch Wenn du was sagst Okay Vertraue ich dir mal Sind das Eier? Ach, nur sind unsere Schleicher Die greifen nur selten Personengruppen an Aber wenn du alleine bist, musst du aufpassen Okay Ach Mission Gut Gott sei Dank Warte, bleib hier, bleib hier Lauf nicht weg Angst Seltsame Geräusche Entweder macht der Boden dieses Geräusch oder der Wind Klar Ich habe auch Geschichten von singenden Rohren gehört Wenn du länger zuhörst, kannst du die Stimmen der Toten hören So ein Quatsch Sicher? Was ist hier? Komm her, was ist hier? Wir haben auch hier noch was Okay, warte, ich komm schon, ich komm schon Ratten Hilfe Die laufen weg Das ist kein gutes Zeichen, Bourbon Ach, man ist auch ne krasse Sau, ich weiß Hier tropft rotes Zeug runter Das nennt man Blut in der Regel Und wo ist runter drauf, das ist nicht gut Scheiße, eine Karawane, alles in Tod Den Stil kenne ich, Banditen Und die Hansa prahlt, damit sie ausgelöscht zu haben Halte deine Augen offen, die werden uns nicht einfach so durchlassen Gott Warum Alarmsystem, alt aber wirkungsvoll Wenn du unerwartet ankommen möchtest, solltest du die Dosen nicht berühren Ach Warum muss denn jeder umbringen wollen, kann man nicht alle mit Friemland erleben Dann muss ich vorsichtig da vorbeischleichen Pass auf, wohin du Fritz, jedes Geräusch ist gefährlich Ja, ich bin da ganz vorsichtig Leise Wie eine Feder Du weißt, was du tun musst Moment Ich guck gleich, was ich tun kann Das haben wir hier Ah, ist einsammeln, egal was es ist Das können wir nicht einsammeln Ah Perfekt Nichts vergessen Noch ein Wurfmesser Ah Hote Munition So, was muss ich tun So, wie kann ich ihn schärfen? Könnt ihr was durchschneiden So, wie kann ich jetzt fein entschärfen? Äh, ich muss was... Okay, hier was muss ich ja vorsehen jetzt hier Ich muss auf den Moment mal kurz ins Menü reingehen Äh... Ich hätte eh, wo der mich fein entschärfen kann Äh... Spiel Super Äh, nix Waffen Nein Bewegung Äh... Super, okay Ach... Ach... Wie schnell spreche... Mit F... 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 Ich will nicht sterben Ich hätte die wahrscheinlich entschärfen können, aber das hat nicht geklappt. Na gut. Bin da drüber gesprungen. Und habe Munition. Selbe Schuld, Leute. Wer es mir so einfach macht. Okay. Aber man ist besoffen, ne? Kopfschuss. Börbel, mach was. Das wird nun eine Leere sein. Nimm das Messer als Trophäe und komm. Ja, wir haben einen Rufmesser so genutzt. Schlingel. Sie haben sich verbarrikadiert, verdammt. Wir müssen nähern. Kannst du die Patrouille erledigen? Eventuell. Jetzt mal schauen. Vorsichtig. 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 Gut, ich habe ihn. Einer habe ich. Keiner da. Vielleicht Geister. Das ist es, was ich gehört habe. Runter! Was? Kommt, ich habe mich nicht wirklich gesehen von der Entfernung. Wow. Heil-Pack ist die Frage. Medi-Pack. Scheiße, wir verlieren Männer! Ja, ich weiß, ihr verliert Männer. Ja, gut so. Wer ist dagegen euch? Ja. Gut dann. Wir werden viel mehr Leute. Wörben, ich hoffe, du hilfst mit. Wir haben hier einen verdammten Toten! Nicht nur... Einen. Ah! Verdammt! Was? Ich hoffe mal, die Checkpointe sind nicht zu weit entfernt. Ja, genau. Perfekt. Ich sag mal, wie die das hier machen. Aber echt doof. Mit dem... Ähm... Ich habe einen Toten. Ich hätte vielleicht woanders töten sollen. Was? Ich hätte hier ernst. Wir haben schon recht. Merk, Atrium ist nicht gerade... ...jemand, der viel aushält. Da braucht man wieder Bedenken dabei. In diesem Spiel. ist wir verlieren leute komm 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 wir haben verletzt zweifel moment ich hoffe sehr gut ok wir regenerieren auch selber wieder einfach still stehen okay die ferne holen er hat einen von uns erledigt noch ein was ich mache ich nicht wir haben Ruhe ah stirbt die Waffen verziehen ganz schön ich habe genug Munition, aber nachher wenn ich hier reingehe, werde ich ja schon sterben. Du bist tot, tot! Hier, Misty, diese Kugel! So, komm, stirbt doch! Mein Gott! Verdammt nochmal! Gürben, warum machst du eigentlich nichts? Du kaufst hier eine Ecke? Ich habe die Falschpatrole ausgeschaltet. Oh nein! Nein! Ruhig, ruhig! Bleib ruhig! Hör doch nochmal Hacke! Ja, wie gesagt, schon mal eine viel gelobene Zielkünste habe ich schon in Shadows of the Damned erwähnt. Was? Wo geht's denn noch? Steht auch kein Schrufhinter auf dich. So, zwei Schüsse gehen doch. Scheiße, wir verlieren Männer! Ja, es fehlen einige Männer. Das können doch nicht mehr so viele haben. Wir brauchen schnell zu speichern! Da kommen so viele! Da kommen so viele viele hier! Ich meine, es gibt so viele Munition aus dem rumliegen glücklicherweise, was die fallen lassen. Nein, glaube ich nicht. So, ich habe ja keine Patrouille nicht ausgeschaltet. Das war die gesamte Armee! Okay. Diese